Ich bin 39, das ist jetzt von uns der vermeinten Haus. Das hat mich gut. Ich habe einen Dienst gemacht als Soldat. Ich habe ja schon ein Rückenmann, schon 37, 38. Und da, mit dem Dienstherr, da habe ich geheiratet, habe mich einmal zurückgestellt. Dann habe ich wieder zurückgestellt ein halbes Jahr. Dann hast du wieder gemustert. Weil jetzt, alle Jahre war der Musterung. Dann hast du ja auch schon gemustert. Dann hat sie den Fliegerbodenbörse hineingemustert. Dann macht sie den Flak und zuletzt war der Artilie. Zuerst war der Artilie. Dann wollte ich mich anzogen haben, und ich habe ihn dann geholt. Dann habe ich bei dem Mädchen angeschaut. Dann war ich im Mädchen in Freimann. Da war ich in der Drassenhaus. Und wenn ich da eine kurze Ausbildung hatte, sechs Wochen, dann sind wir in Urlaub gefahren. Dann bin ich nach Hause gegangen, nach der Wengen. Dann haben sie mich da wieder geholt. Dann ist es auch getrunken, wie wir uns bloß. Und überall sind wir da voneinander gekommen. Dann haben wir nach Frankreich vollzug. Dann haben wir nach Frankreich gekommen. Dann haben wir dann Frankreich vollzug mitgemacht. Im Oktober sind wir dann wieder essen gekommen. Und dann sind wir wieder neu zusammengestellt worden in Deutschland. Da waren wir da drunten in Allgäu. Da habe ich noch Urlaub gehabt. Da bin ich dann auch angekommen. Das war 1940. Das erste Mal, da war ich schon dort da. Da sind wir wieder in Frankreich gekommen. Da war ja noch eine Besatzung dran. Da sind wir von verschiedenen Orten hingekommen in Frankreich. Da haben wir es nicht an dem gleichen Blut drauf. Da haben wir wieder wohnenstie wechselt. Das ist euch nicht in Wurzgut. Das letzte Mal haben wir bis an den Ärmelkornal gewonnen. Das war eine letzte Station. 1942. Also in Russland. Weil Stalingrad gefallen ist. Geld. Und es Leute gebraucht. In Russland. Die haben schon 120.000 Mann verloren. In Stalingrad. Da haben wir da ganze Lücken eingerissen. Die ganze Südbrote ist da zusammenbraten. Da ist der General von Marshall Manstein. Den hat der Hitler schon entlassen gehabt. Er hat ihn wieder rausgeholt. Und der hat ihn da unten aufräumen müssen. Und damals ist auch mein Bruder, der alles, ist da auf der Infanterie gegangen. Die haben sich da auch mit eingehen. Da habe ich noch nicht einmal gewusst, dass er angerückt ist. Da habe ich schon die Nachricht gekriegt, dass er gefeuert ist. Der war ja nicht im Südabschnitt. So war ich. Und du bist dann auch nach Russland gekommen? Ja? Und du bist dann auch von Frankreich nach Russland gekommen? Ja, ja. 1942 sind wir nach Russland gekommen. Die haben wir gleich an der vordersten. Ganz vorn hingegommen. Von Moskau war noch 200 Kilometer weg. Das war das Neugeste. Da ist mir in Stalingrad zurückgegangen ist. Dann haben sie da vorn den ganzen Frankbogen aufgegeben. Da haben wir 100 Kilometer freiwillig zurückgegeben. Der Kessel ist einmal kleiner geworden. Das letzte war immer noch. Aber einen kleinen Pfleg noch. An der Kisten haben wir verschifft. Die haben so einen 7. Mai. Da sind wir an der Strand schon gestanden, haben gehoert auf die Schiffe. Und die sind gleich gekommen. Und am anderen Tag als Kurs in Deutschland hat kapituliert. Da kommen keine Schiffe mehr. Da haben wir da gestanden. Dann hat uns der Offizier gesagt, wir sollen aus der Wehrmacht entlassen. Und die sind dran gekommen. Schauen wir, woher kommen kommt. So. Was haben wir getan? Ja, noch einen Katernestreicher bei mir. Ja gut, der Kammerat geworden. So, was machen wir? Übers Berg kommen wir in die Überschwemmung. Und dann sagt er, wir müssen los. Und ja, da haben wir uns mit Freunden gepfangen. Wir müssen mitkommen. So haben wir Freibli, haben sich da am Pohlen angeschlossen. Und dann sind wir wie wemarschiert. Da haben sie uns in die Deutsche gehabt. Sehr da rein. Da haben sie uns in die Zeit noch drin gehabt. Da haben wir uns in die Zeit noch gewonnen. Und dann haben wir uns in die Zeit noch eine Zeit langsendige, dann haben wir uns in der Zeit wiederum. Wir machen uns ein Rüst Eing. Wir werden sich in der Zeit. Vielen Dank.